Jaja, was da los, hey Leute, hier ist wieder der Bende und der Haubner von DealBudyszocken zu einer neuen Runde SkyWars. Wir haben heute immer wieder was cooles vor, wir wollen so ein bisschen die Gegner verarschen. Nämlich, Haubner baut da hinten ein ganz schönes Haus und ich werde mich jetzt dann hier irgendwo hinsneaken. Und ich habe das Archer-Kit am Start, Leute, und werde dann versuchen, wenn irgendein Gegner so neugierig ist und Haubner's Haus besuchen will, ihn runterzuschießen. Und ja, das haben wir heute vor. Ich bin gespannt, ob da der eine oder andere reinfällt. Leute, da drüben mache ich direkt mal einen TNT-Boost. Ich hoffe, das schafft es nicht. Sonst sind wir down. Oh, beide down. Oder? Oh Gott, einer hat da Wasser platziert. Ich habe auch keine Blöcke, um es wegzumachen, Digga. Ich komme mit Blöcken. Ich boxe ihn runter. Okay, fuck, Digga. Nein, es ist Wasser weg. Wo ist Wasser? Überall platziert. Oh, alles gut, Digga. Er baut den Block ab, wo ich bin. Da war das Wasser, Mann. Oh, hier ist es. Geht er down? Ich weiß es nicht. Hier hat sich hochgebaut, da. Fuck, ich hole mir auf jeden Fall erstmal Equipped, Mann. Gegner sehe ich noch keinen, zum Glück. Obwohl die einen da wollen kommen. Oh, wie schwul bauen sich die denn da hin? Hinter dem kommen zwei Angegriffen. Alter, der Weg ist ja extrem gay. Und wer gewinnt bei denen? Ich gucke denen zu. Oh Gott, die kommen da jetzt vielleicht. Ja gut, wenn sich die direkt zu dir bauen, wird das auch ein easy Double Kill. Ja, Mann. Oh, Mann. Los bei denen. Ja gut, du kannst... Warte, warte, der andere ist noch... Oh Gott. Und der andere, was macht der andere? Ich sehe ihn nicht. Ah doch, da steht er. Hat er mich schon gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Oh, er baut sich da hin. Da, jetzt kannst du ihn... Warte. Der kommt zu dir wahrscheinlich. Pass auf. Egal, ich kann ihn so und so runterboxt, der kann mir kaum was tun. Außer kommt von hinten. Ja, setzt den Tee rauf, 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 rauf. Digga, Mann, immer die Tee-Spieler. Achtung, jetzt gezündet schon. Ja, Mann, ich habe aber alles abgebaut im letzten Moment. Oh, mit 1,5-Perzen überlegt. Wo ist er hin? Ah, der kommt da hinten. Achtung. Ich ziehe durch. 1,5-Perzen. Digga, kommt. Er sagte, die alte Box ist runter. Digga, kommt da rein. Ja, ich habe ihn hoch. Oh Gott. Er kommt mit der Enderperle wieder hoch. Oh nice. Huch, ein halbes Herz, Digga, Mann. Wie die schon wieder spielen, Mann, die Trey hat alles wieder so hart. Den Weg müsst ihr mir unbedingt anders bauen. Ja, ja, wollte ich gerade machen. Und ich habe noch zwei Pfeile. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch ein Team auslöschen damit. Ja, passt perfekt. Der plötzlich in die Mitte. Achtung! Oh, Digger, er bräuchte mich auf einmal. Ich laufe, komm. Oh, er hat schnell... Scheiße, warum dreht er sich denn um, Digger? Loll. Ich weiß nicht, wo er ist, Digger. Er ist über dir. Echt? Er sucht dich. Er sucht dich, Digger. Er ist voll dir. Wir müssen ihn irgendwie runterwerfen. Oh, der ist runtergegangen. Ich sehe ihn. Oh, Gott. Achtung, der hat so gutes Zeug. Oh, Gott. Er kommt. Oh, ja! Ich habe ihn. Oh, Gott, Digger. Diese Falle, Mann. Hä? Was war eigentlich mit dem Typen los? Ich meine, er hat mich eigentlich angeguckt und läuft trotzdem zu dir hin. Keine Ahnung, Mann. Aber wir sollten vielleicht in die Mitte uns da die Schneebälle holen, oder? Oder macht ihr eine Angel? Genau, eine Angel, das ist auch noch gut. Nice. Ich habe Spinnnetzer perfekt. Er kommt da hinten. Er ist auf... Oh, das sind Zweierteam, das sind die letzten zwei. Oh, was? Oh, Gott. Ja, ich sehe ihn. Der hat schon wieder voll dir, Mann. Oh, nee, Mann. Die musste irgendwie droppen. Sneak auf jeden Fall. Ordentlich sneak. Ja, wenn der nach unten guckt, Mann. Da ist nur ein Gras platziert. Da kann man durchgucken. Also so ein Blatt. Ja, Mann. Aber er sieht dich nicht. Alles safe. Die stehen beide da. Jose Quilato, Mann. Oh, Gott. Digger, Bauta. Die sehe ich nicht. Nein, die sehe ich nicht. Scheiße, Mann. Ich kann das nicht mit eingemacht. Ich bin so tot. Lauf. Lauf weg. Ich habe eine Enderperle im Notfall. Ich nicht. Ich bohrte mich in dein Haus. Oh, Gott. So, was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Der kommt mit Enderperle ins Haus. Boxen runter. Digger, die haben so krasses Zeug. Du bist so tot. Du bist nur durchgezogen. Du treffst mich. Treff ich. Ja. Wave. Hat der eine Enderperle? Hey, die ziehen so viel Herzen ab bei mir, Mann. Und ich habe meinen Lava-Eimer verloren. Ja. Jetzt wird es kritisch. Ey, scheiße, Mann. Ich gucke mal. Vielleicht liegt da noch irgendwie Zeug rum auf den. Ey, warum konnte ich die Scheiße nicht abbauen? Egal, du hast ihm viele Free-Hits gegeben. Pass auf, dass er dich nicht runterboxt. Ich challenge schon hart rein, Digger. Ja, Mann. Oh, Gott. Aber ich könnte ihn vielleicht bekommen. Ich hoffe es mal, Digger. Der hat ordentlich falsch. Ich bin tot. Ey, wie viele Herzen hat der noch? Das kann nicht sein. Ich will zehn. Zwei Herzen, Mann. Ah, schade. Oh, Mann. Aber es hat schon ein paar Mal gut funktioniert mit der Fall. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Vielleicht können wir einige Gegner droppen. Wir hatten das nice. Also, let's go. Oh, ja. Oh, Gott. Der Fassbridge ist ja richtig hart, Digger. Oh, ist runtergefallen. Ich bin gefallen. Ey, warum tut man denn sowas, wenn man es nicht kann? Unter uns ist einer. Unter uns? Ja. Safe run mit, eh. Haben die mich gesehen? Die Position, nein. Die haben mich nicht gesehen. Geh rein, geh rein. Oh, Gott. Oh, Gott. Die sind auch wieder richtig hart. Gute Equip, Mann. Oh, Gott. Wie viele Schneebelle hast du? Ich habe zwölf Stück. Okay. Oh, shit. Oh, das ist ein Goldapfel. Er snackt ein Goldapfel. Ist jetzt Wasser. Okay. Ja, ein runtergeboxt. Ah, fuck. Der andere ist durchgezogen. Ich den Klötchen bekomme. Der ist da. Der ist da. Achtung. Ich komme auch raus. Ich komme. Ich gebe dem Freehits. Ender nie, wo ist er hin? Digga. Der trifft gar nichts. Nice. Könnte sein Zeug, wenn du Lust hast. Ja. Gut. Keiner rechnet damit. Weißt du, die haben alle Fokus auf dich. Und dann komme ich da so sneaky von hinten mit Schneebellen. Ja. Ein paar sind in der Mitte. Okay. Ich baue meinen Weg weiter. Ja, mach das. Okay, der eine kommt jetzt wahrscheinlich. Beide kommen. Oh, die haben beide Fullt hier. Ich muss die droppen. Der ist da, unser Inselmann. Ich will ihn machen. Drop den einen, drop ihn nicht. Ja. Der andere Pelz nicht kommt. Der müssen wir jetzt gehen. Ich komme. Digga. Oh Gott. Komm schon fast da. Oh, ich gebe den Zinn. Oh, der bekommt jetzt. Der ist da. Nice. Oh, der eine kommt jetzt vielleicht. Ja, der kommt. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich gehe jetzt in mein Haus. Oh, der ist da. Der ist da, Mann. Er hat eine Spinnnetze. Hey, guck ihr. Warum setzt er sich da jetzt in Spinnnetze rein? Ich bin nach hinten durch. Die sind schon wieder alle paranoid. Oh, die kommen vielleicht jetzt. Die kommt, die kommt. Die auch ich, oder? Der eine kommt. Fuck, ich habe dich getroffen. Ich habe verschossen. Ich habe einen Ohrheld. Ja, Mann. Hallo, die sehen mich. Wir müssen nicht klatschen. Ja. Ich gehe nach oben. Warte, vielleicht. Wir sind die, wenn sie durch. So ein Mist. Digger, wie kannst du da alles daneben schießen? Die Schneebälle fliegen so langsam, Mann. Scheiße, aber die werden alle wieder reingelaufen. Was? Hast du klar? Ich bin in ein Loch gefallen, direkt hinter dir. Ey, viel Glück bei denen. Die haben alles. Mhm. Ey, er legt sich durch die Lava durch, Mann. Komm, geh zurück da. Er hat halt ein Knockback-Schwert auf. Du, Mann. Aber du kannst ihn machen. Komm. Oh Gott. Lauf sonst. Lauf, 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 lauf. Seck dich weg. Alles Mögliche. Oh Gott. Ich habe einen Weg gebaut. Ich hoffe mal. Ja, ist. Kommt er hinterher? Ja, er kommt. Er hat sogar einen Feuerresistenz-Krank. Ich leuchte bei dem. Wie viele haben die? Ja, der hat der noch. Gib mir John Cena. Lauf bei ihm. Ich bekomme noch einen Knockback, bitte. Oh Gott, ich habe ihn. Zwei Herzen. Zwei Herzen, Mann. Der hätte mir einen Hit, glaube ich, hätte mir da geben können. Ich wäre da ungewiesen. GG. GG. Du Camper. Er schreibt mir einfach Camper mit K. Ha, 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 ha. Und mit E. Ja. Oh Gott. Ja, Leute, ich würde sagen, die Falle hat mal wieder super funktioniert. Ein paar Leute haben wieder mitgedroppt. Die letzten beiden ein bisschen gefehlt beim, ja, Werfen der Schneebälle. Aber trotzdem war ganz nice. Wir hoffen natürlich, euch hat das Ganze auch gefallen. Spritzt auf jeden Fall den Like-Button ab. Und ihr könnt auch gerne mal bei unserem Sponsor MMOGA vorbeigucken. Dritte Link in der Beschreibung mit dem Gutschen-Code-Badys. Bekommt ihr doch 3%, wenn ihr etwas kauft. Und damit könnt ihr uns unterstützen. Also guckt einmal vorbei. Und haut rein. Wir sehen uns morgen. Ciao. Ciao.